Musik Hi, wir sind die zwei Echo-Supporter-Denis, Laura-Denis und Vanessa-Ottemann. Und wir haben heute folgende Mission. Wir haben einen Gegenstand, den wir hier in der Heilbraunner Innenstadt versuchen, uns zu tragen, gegen etwas zu werden. Das ist hier unser Startgegenstand. Wir versuchen mal, uns zu rühren. Das ist hier unser Startgegenstand. Das ist hier unser Startgegenstand. Wir haben hier dieses Überraschungs-Faktor für euch. Da dürft ihr jetzt mal reinschauen. Wir haben ganz tolle Zeitschriften für euch mit Spielzeug, Stifte, Blogs. Das schenke ich euch. Okay, das dürft ihr untereinander angetauchen. Das ist ein toller Projekt. Dankeschön, Echo. Dankeschön. 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 Vielen Dank.